Augen auf und hörn zu. Hier sind wieder Brains Play. Ich bin hier mit Ferner Verleih und ich mit zerflau. Und Fernie darf jetzt den Rest aufwischen, den ich ihm übrig gelassen habe. Orion's Gabe schützt mich. Nö, tut sie nicht. Von Vision. Hallo, Junge. Gut, da guckt gerade keiner. Das heißt, das war's für dich. Der hat einen Käppchenchenchen. Ja, und das hilft dir nichts vor Schlagschaden. Und jetzt einfach nur, weil der Kerl uns genervt hat. Der muss einfach, weil der muss verrecken, nicht da weggehen wollte. Und das Geld nehmen einfach aus Prinzip. Ja, nur ich. Schrauben, Schrauben, Schrauben. Wenn du jetzt da diesen Aufgang verpasst, dann bin ich ein kleines bisschen frustriert von dir. Das tut mir leid, wenn es so wirklich ist. Nein. Der kommt mal von oben runter. Okay. Okay. Machen wir den Fokus aus. Der ist schon lange wieder ausgewiesen. Doch durch. Ne, war bloßes Nachtglühen. Okay. Okay, okay. Yeah, noch eine spannende Ecke. Und noch eine spannende Ecke. Und weil sie so spannend ist, mache ich einen ganz spannenden Quick-Safe. Oh ja. Und spannungsgeladen gibt es jetzt hier eins auf die Mütze von niemandem. Ja, da oben war noch einer. Also, Vorsicht. Ja, aber der war eigentlich... Ja, wir haben doch jetzt eine 180 Grad-Wende gemacht. Warte, warte, warte. Ja. Ich könnte mich natürlich noch weiter... Oh, jetzt nicht mehr. Na toll. Das schon wieder. Ja. Zeigt mir einen Ungläubigen, damit ich ihm einen Molzen verpassen kann. Das ist so die Verlockung gleich rauszugehen, dem einfach eine überzubrauchen. Aber das war so klar, dass die dann gesehen wird. So, dann kommt es jetzt noch. Hey, du, geht da weg. Gut, ich hab hier jetzt viel gesehen. Wow, das hat funktioniert. Sie sind jetzt in der Kaffee. Hey, da wolltest du... Da, voll raus. Da solltest du jetzt wirklich nicht sehen. Wie? Okay. Jetzt kennen wir uns, wie gesagt, wie schön aus. Ja, ich weiß jetzt, dass ich da diesen einen Spum nicht springen kann. Ach, ja. Uns gehört ein ganzer Glockenguturm. Cool. Äh, daran kann ich mich nicht erinnern. Wie konnte uns da irgendwie mal sehen? So. Ist der allein? Ja. So. Freundchen. Freund des guten Gesangs. Hä? What? Jemand kommt in die Strecke. Oh. Ach komm, ernsthaft. Existenz. Okay, mein Gott. Ich weiß auch gar nicht, warum die irgendwie eine Heilung brauchen. Die müssten nur bloß was essen und schon werden sie wieder bei vollem Kampi. Okay. So. Also, wer hat uns hier eigentlich gesehen, als wir den Kall geknippelt haben? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh nein, da links drüben stehen sie. Und jetzt kommt der da rausgerannt. Das heißt aber, das war keine Gründe. Oh nein, scheiße. Oh nein, scheiße. Auch da. Okay, versuch dich mal rechts an dem blöden Bogen schützen vorbeizustellen. Also, das ist eigentlich Trail in the Era, muss ich gerade sagen, weil... Ja. Tür wieder zu. Oh, da können wir was ausschneiden. Hey, gerade hat man das noch gesagt. Da haben wir uns durch die Burg beschwert. Wunderbar. Dann machen wir das Licht aus, und dann sieht mich hier auch keiner mehr. Ich hab's so, doch, der hat was. Gib mir was. So, Licht aus. Merkwürdige Schnabelfrau abschneiden. So, das sieht aus wie nun Todespferd. Zum Glück keine Tipp. Das war ja eigentlich. Okay, und das Licht ausmachen. Je weniger Licht, desto besser. Und ein Quick-Safe. Ein Kogi. Ah, ich mach erstmal hier auf. Was ist Hintertür Nummer 1? Eine Wache mit Fackel. Was ist Hintertür Nummer 2? Ein Tiger. Schatten. Schatten. Und so, jetzt geht's der drüben weiter. Genau. Immer vorsichtig sein. Man soll die Türen immer schließen, wenn man durchgegangen ist. Ja. Das sieht für mich nicht danach aus. Nee, nee. Also gibt's hier ein Wurfobjekt und sonst nichts. Finde ich ja super. Wir haben auch schon ewig keine Fallen mehr gehabt. Aber auf einem Schiff sind eher selten die Fallen. An deiner Stelle draußen die Fackel abschießen. Hey, das ist ja praktisch. Jetzt sollte uns wirklich mal keiner gesehen haben. Ja, wir waren ja in den Schatten. Sehr schön. Hehe. Hey, das war ja wie bestellt. War gestanden wie bestellt. Und du auch noch. Diesmal gibt's kein Verrückte gelbe Augen. Mit das Geld nehmen wir wie gesagt rauskriegen. Einfach nur, weil wir dämlich sind. Und die Tee-Kanne. Ich wollte einfach mal wieder eine Tee-Kanne rumschleppen. Ja, da gibt's Kartoffeln und Pilze und Zwiebeln. Gefällt mir. Stiko Büsche. Äh, wer weiß. Und jetzt steht einer. Ja, mit Anbus. Ja, und schaut direkt nicht an. Hey, die Tür aufstehen. Ja. Hey, was? Hey, was? Was? So, Hölle. Das ist ja so krank. Dumme Mechanik. Wir wollten spähen und nicht die Tür auf. Das ist was, ich werde jetzt einfach den Mann jetzt plus und feilen die Ohrenkampf rum. Der, der viel Schaden macht. Der hat funktioniert. Ja, das ist auf jeden Fall Räuber. Das hat nämlich ungebracht. Der hat, der hat. Der hat sich schocken. Der hat sich schocken. Oh nein. Oh nein. Oh. Oh. Ich glaube, das ist ein deutsches Schmied. Ich glaube, das ist ein deutsches Schmied. Ich glaube, das sind ein deutsches Schmied. Oder da oben drauf klettern können. Ah ja, genau das ist ein neues E-System. Das ist ein neues Schmiedssystem. Das schaut gut aus. Wir wollen da gar nicht runter. Eigentlich, weil das war zu gut bewacht. Die Tür. Ich glaube, das ist ein neues Öl. Wir müssen so wie es zu tun. und ich bin Produr im Euro die Eheber auf der Welt ist okay eine feine ein Schlangenpfeil Achja, ist es nicht schön. Eindeutig, best game ever. Warum verbarrikadieren Sie nicht einfach den einzigen Weg zu sich? Ja, nein. Problem gelöst. Oh, ein Video. Ich bin nicht hier, um jemanden zu töten. Ihr wollt die Urkraft für euch selbst. Die Energie ist mir egal. Ich will das Mädchen. Gebt mir den Stein. Dann salbe ich euch, damit ihr die Urkraft spüren könnt. Es ist wunderbar, Garret. Ihr achtet niemanden vor der Schwermut Orion. Ihr macht alle zu Monstern. Gerade ihr solltet es verstehen, Garret. Verraten von meinem eigenen Blut. Er spart es mich weg und es störte mein Leben wie unser Vater. Mein Bruder hat diese Macht nicht verdient. Die Menschen sehen zu mir auf. Kraft! Ja! Ich bin kein Spielball! Niemand stößt mich mehr herum! Ich! Habe jetzt die Urkraft! Und du... Ich dachte, ich könnte dir trauen. Und selbst du willst meine Macht. Aus anderen Gründen, Aaron. Nein. Die Macht tötet dich. Oh! Jetzt interessiert's dich! Hat es immer. Ich glaube dir nicht. Ich glaube dir nicht! Okay. Okay. Also, der Kerl hat sich praktisch ohne unsere Hilfe getötet. Oder töten lassen. Bevor ich dir recht finde, erschein ich... Aha. Wenn ich die Urkraft nicht aus dir rauskriege, war alles umsonst. Äh... Was zur Hölle? Warum... Was? Sie glaubt uns nicht! Was? Das war doch klar, dass du da nicht reinfallen dürftest. Ich bin ja gesprungen! Ja, pass einfach ein bisschen besser auf. Aber springen scheint grad irgendwie nicht so ein Ding zu sein. Das ist wahrscheinlich... ...deaktiviert worden, damit du schönst Lalo laufen musst. So... Ist das real? Oder die Uhrkraft? Ne, das ist nicht so ein bisschen real aus. Naja, wir waren ja vorher auch schon mal. Ja, der blockiert uns den Weg. Warum hat Aaron uns jetzt leben lassen? Naja... Naja... Weil wir doch irgendwie befreundet ja immer sind. Ja, wir sind super, wir sind jetzt halt auch nicht so unbedingt. Wenn sie war voll Pist auf uns. Und da ist sie wieder. Naja... 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 Das klingt so als würd von irgendwo hier kommen, inermi. Ok, hier wird Aaron uns bestimmt nicht entdecken. Oh, wir müssen uns ihr näher. Sieht so aus als wir es uns eher hoch? Ja, ja, jetzt immer hinter ihr, das ist gut. Knüppeln, knüppeln! Oh... Nicht, ah! Ja, das machen wir jetzt ein paar Mal. Ich wäre schlecht und hätte die Uhrkraft verdorben. Oh. Danke. Ja. Direkt vor unsere Schnauze. Wie viele? Alle? Alle. Oh ja. Alle auf dem Schiff sind jetzt zu. Wunderbar ein Kolumbens. Ernsthaft. Geh da weg. Das hat funktioniert. Das funktioniert. Da. Ein Licht. Ja, das ist auch in der Richtung, wo ich ungefähr hin muss. Oh, Tür zu ist gar keine schlechte Idee. Erstmal die Viecher hinter dir wegsperren. Da ist Aaron. Okay, die Tür kann ich nicht schließen. Stehen die wirklich wie zur Hölle? Lass dich an sie anschleichen. Von hinten. Moment, schau sie dich ja nicht an. Sie weiß ganz genau. Sie weiß ganz genau, okay. Und der Part kann überlenken. Ja, wir machen das jetzt fertig. Ja. sind die drei Teile auseinandergesplittert, jetzt dürfen wir sie wieder alles sammeln. Lass sie nicht von ihr erwischen. Wow. Ich sollte vielleicht mehr essen. Essen hilft gegen Urkraft. Okay, ich verstehe. Ich habe zumindest einen, einen Sprit überhielt. Ich habe noch überhaupt keinen geortet. Ah, da oben ist einer. Es gibt keinen Kommen. Und ich muss im Schlafen rein, weil die Schlafen nicht getroffen werden. Genau. Wow, auf einmal kann man nicht. Wow, das war gut reagiert. Gut reagiert. Da oben ist zunächst. Wow, das ist so. Komm schon, bitch. Ah, jetzt sind es wieder. Okay. Ähm. Rüberspringen, vielleicht. Ja. Sollte funktionieren. Okay. Nummer 2. Was hast du vor? Mich erneut zu tappen? Komm schon raus. Autsch. Okay. Ist noch drin. Oh, Scheiße. Futter was. Ja. Ich weiß nicht, wie ich da ganz genau hinkomme. Ich weiß auch nicht, was die Teile hier machen. Abgesehen von Hund gleiten. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, du solltest dich von denen nicht gewöhnen lassen. Ja. Aber die haben halt auch keine Augen oder so. Warte, bis sie sich öffnen. Hm. Das war knapp. Äh. Jetzt aber. Oh, du Scheiße. Okay. Wir haben alle Fragmente. Ach, auf einmal. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das war ein viel besserer Bosskampf. Ja. Also. Tausendmal besser als der. Äh. Ja, sie hat sich ergeben. Geh runter. Spring am besten nicht in eins von den Löchern. Da. Möglich. Mit X kannst du dich runterlassen. Mit X, ja. Ich habe genug. Okay. Ich hinter dich. Verrätten wir sie. Los. Hey, wir haben 500 Gold aus hier aus gezogen. Was? Wieso? Ah. Ich gebe zu dir die Kralle. Die Kralle. Gib mir die Kralle. Ah. Ah. Gered. Ah. Gered. Ah. Ah. . Das ist so eine Gefangleben. Wie weit ist denn jetzt von der Typ? Nein! nicht schon er gibt dir die Kralle das funktioniert ah ja mitten am Seil dran ich hab's auch nicht ganz klar wie so hey da ist die Kralle ja sie ist also wieder hochgekommen genau aber vielleicht ein Jahr wir sind wir waren nie woanders wir waren die ganze Zeit über da die Räume wo sie den Blitz und wurde genau ja und sie ist dann abgestimmt und ja das war's das war's ok cool also an sich kein schlechtes Spiel aber alleine keinen Schaden in manchen Sachen ein klein wenig unrealistisch und ja also die Sache mit dem Diebesfänger General war mehr ich finde die Schleichmechaniken großteils eher enttäuschend ja und auch die Entwickler haben gewusst dass ihre Schleichmechaniken nicht genug Fundament für ein gutes Spiel bieten deswegen haben sie es versucht und sind irgendwie grandios gescheitert haben versucht aus allen möglichen Schornes reinzubaggern und das war's genau hey was gibt es noch was das war also ich glaube wir können ziemlich sicher sagen dass sie es werden wir nichts mehr machen ne das war's Spielende ok Hauptgeschichte abgeschlossen sehr schön ok ok das war's dann und wir hoffen euch hat's gefallen ja also es war ja nicht ganz schlecht wir hatten ja auch unseren Spaß bei diesem Let's Play genau denken wir zurück an das Haus der Blüten wo wir alle mit Morphium über Dosen vergiftet haben ha gute alte Zeit denken wir zurück an den Typen vor 2-3 Parts der in der Wand der sich in die Wand reingest äh nochmal so wie du ihn dann geknippelt hast wunderbar gute alte Zeit also dann wenn es euch gefallen hat gebt uns ein Like abonniert uns kommentiert und schaut euch vielleicht auch ein paar unserer anderen Videos an wir sind alle besser ich verspreche's nicht alle aber fast und damit bis zum nächsten Mal tschüss